Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Apostelgeschichte 16, Vers 17 Es stimmt alles, was diese Frau Paulus und seinen Gefährten tagelang hinterherrief. Aber Paulus wollte diese Art Empfehlung nicht, weil er wusste, dass die Frau das Werkzeug eines satanischen Wahrsagegeistes war. Schließlich befreite er sie im Namen Jesu von diesem Dämon. Als unerwünschten Beifall empfanden auch wir im Gemeinderat eine große, anonyme Zeitungsanzeige, in der für den Sabbat geworben wurde, aber leider in Stil und Wort war so abstreckend, dass wir den Eindruck vermeiden wollten. Die Schorndorfer Adventgemeinde haben diesen heute mal zu verantworten. Sollten wir nun weitherzig gemäß dem Jesus Wort, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, handeln oder doch unsere Überzeugung äußern, dass selbst die Wahrheit nur tönendes Erz ist, wenn sie lieblos verkündigt wird? Wer gab so viel Geld aus, um den heidnischen Ursprung der Sonntagsheiligung zu belegen, ohne eine Kontaktmöglichkeit anzubieten? Der Lokalredakteur durften wir den Auftraggeber der Anzeige nicht mitteilen, aber er ließ durchblicken, dass der Text als viel zu langer Lesebrief gedacht war, dessen Verfasser aber nicht bereit war, Namen und Wohnort darunter zu setzen. Zur Klärung des Sachverhalts bot er mir an, einen neuen eigenen Artikel zu veröffentlichen, den ich gerne lieferte und der auch ungekürzt erschien. Die Quelle zu kennen, schützt vor Verführung. Auch wenn biblische Wahrheit verkündigt wird, macht der Ton die Musik. Wer sich hier vergreift und Menschen auf eine verletzende Art und Weise von Kopf schlägt, schaltet der Sache Gottes. Der Heilige Geist ist bereit, uns zu lehren, auch die Glaubenswahrheiten, die uns von anderen Christen unterscheiden, so anzusprechen, dass die Zuhörer merken, dass Jesus die Mitte aller Wahrheit ist. Gottes Botschaft ist klar und unmissverständlich, aber sie sollte immer einfühlsam und liebevoll weitergeben werden. Wir alle sind zum Zeugnis aufgerufen. Der Heilige Geist ist bereit, uns dabei zur rechten Zeit das rechte Wort einzugeben. Auch ich wünsche euch das viel gut in den Starttagen und immer daran denken, dass wir immer auf Gott schauen müssen, in allen Dingen, was wir tun und somit auch unsere Taten so überlegen, ob Gott es auch gewünscht hat, dass wir es auch so machen müssen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.